Die Markenkupplung von GDW ist die günstige Alternative zur starren Anhängerkupplung. Sie wird leicht erreichbar von hinten gesteckt. Der Arretierhebel wird durch den noch leeren Kugelkopfhalter gesteckt. Nach einem kräftigen Zug am Arretierhebel rastet der Kugelkopf sicher ein. Die Elektro-Steckdose ist auf einem starren Befestigungswinkel leicht erreichbar montiert. Sie ist auch bei Nichtgebrauch sichtbar. Bertelshofer bietet Ihnen unter anderem schnelle Lieferung, Paketverfolgung, TÜV-geprüfte Qualität mit ABE, Kaufaufrechnung und eine große Anzahl an Produktvideos. TÜV-geprüfte Qualität mit ABE. Da sind nicht unter anderem schnelle Lieferung, sondern ein klubesend gerard. Der Arretier ist derart. Der Arretier ist derart. Der Arretier ist derart.